Moin zusammen, herzlich willkommen bei kurz vor acht dem Wochenrückblick. Heute wieder mit zwei Themen, die die Redaktion und damit auch die Region bewegt haben. Mein erster Gast heute ist Carsten Röhr und mit ihm schaue ich auf die Situation im Oldenburger Hafen. Ende Februar ist ein Schiff gegen eine Brücke in Elsfleet gefahren. Das Schiff hat diese Brücke beschädigt, das hat Folgen für den Bahnverkehr, denn über diese Brücke führt eine Bahnlinie und die Bahn kann im Moment nicht fahren. Ende April wird diese Brücke ersetzt, dann kommt eine Behelfsbrücke dahin und das hat dann Folgen für den Oldenburger Hafen, Carsten. Was kann dann passieren bzw. was wird passieren? Welche Schiffe können nicht mehr in den Hafen fahren? Erst muss man ja mal vorausschicken, dass es gut ist grundsätzlich, dass so schnell wie möglich da wieder eine Brücke kommt für den Bahnverkehr. Jetzt im Moment haben wir die glückliche Situation, dass es nochmal ein kleines Fenster gibt für alle Schiffe. Auch Seeschiffe können jetzt wieder fahren und genau für die wird es dann nicht nur eng, sondern für die ist dann eine Durchfahrt mit der neuen Brücke, mit der Behelfsbrücke, dem Provisorium nicht mehr möglich. Das Provisorium wird anders als die Brücke, die dort jetzt ist, die man oder war, inzwischen ist sie komplett abgerissen, die man drehen konnte, damit die Seeschiffe durchfahren können nicht mehr drehbar sein. Die Seeschiffe können deshalb nicht mehr dadurch, weil sie höhere Aufbauten haben als die Binnenschiffe und das passt durch eine starre Behelfsbrücke nicht mehr. Also Binnenschiffe sind kleiner und können weiter den Oldenburger Hafen anfahren? Genau, Binnenschiffe sind kleiner, die haben teilweise 700 Tonnen, vielleicht auch mal bis zu 1.000, 1.300 Tonnen Last und die Seeschiffe können bis zu 3.000 Tonnen transportieren, was natürlich kommerziell interessanter ist, weil man mit einer Fahrt viel mehr erschlagen kann oder viel mehr umschlagen kann. Wie viele Schiffe laufen denn normalerweise pro Woche den Oldenburger Hafen an? Also hochgerechnet sind das 12 bis 13 Schiffe pro Woche. Also wir reden von im vergangenen Jahr 581 Binnenschiffen und gut 70 Seeschiffen. Wie lange wird es dauern, bis diese neue Brücke gebaut ist bei Elsfleth? Also das sagt einem zurzeit keiner. Die Bahn hält sich da bedeckt. Natürlich hat man versucht, auch in Konferenzen, Videokonferenzen, die mit dem Wirtschaftsminister Herrn Lies aus Niedersachsen stattgefunden haben, herauszufinden, was die Bahn plant. Es gibt Leute, die sagen, wie Nico Steudl, dem Chef von Rheinumschlag, der sagt, drei bis fünf Jahre, rechnet er. Es gibt auch Binnenschiffer, die sagen, wenn das nicht mal fünf bis zehn Jahre dauert. Man weiß es nicht. Man sieht halt nur an dieser hoffentlich nicht ähnlich gelagerten Situation in Weener, wo 2015 auch ein Schiff davor geknallt war, dass bis heute nichts passiert ist. Da hoffen natürlich alle, dass das in Oldenburg ganz anders läuft, beziehungsweise in Elsfleth. Mit welchem Rückgang rechnen Rheinumschlag und Agravis als größte Unternehmen im Oldenburger Hafen durch diese Einschränkungen? Also der Vorsitzende der Hafenwirtschaftsgemeinschaft schätzt, dass bei einer Dauer von drei bis fünf Jahren mit mindestens, er sagt, einem niedrigen achtstelligen Betrag, also das wären, ich würde sagen, Minimum zehn Millionen, vielleicht zwölf Millionen, soweit man das überhaupt jetzt extrapolieren kann. Aber auf jeden Fall so viel wird denen da auf jeden Fall durch die Lappen gehen. Welche Bedeutung hat überhaupt der Oldenburger Hafen für die Stadt und für die Region? Ja, ich würde sagen zweierlei. Das eine ist, wenn man mal zum Stau geht und auch in Richtung Berne dann so ein bisschen dem Wasserlauf folgt, ist es einfach der schöne maritime Reiz, den auch die Stadt ein Stück weit durch diesen Hafen und die Hunde und die Nähe zum Wasser einschließlich dieser auch Industriebetriebe, die dort sind, ergibt. Und das andere ist natürlich diese Wirtschaftskraft, die dahinter steckt, über eine Million Tonnen Umschlag. Die Agrarbetriebe in Weser-Ems hängen da dran, die Baustoffbetriebe in Weser-Ems hängen da dran von der Versorgung her. Das ist eine Wirtschaftskraft, die ernst zu nehmen ist und auch eine Logistik und eine Versorgungsfunktion, die absolut wichtig ist. Vielen Dank für diesen Einblick und die Darstellung dieses für Oldenburg doch wichtigen Themas. Carsten Röhr. Ja. Wir bleiben beim Thema Hafen, werden jetzt aber einige Nummern größer und schauen auf die Seehäfen hier im Nordwesten. Svenja Fleick aus unserer Wirtschaftsredaktion ist bei mir. Svenja, welche Bedeutung haben die Seehäfen für uns und wie groß sind sie eigentlich im Vergleich zum Oldenburger Stadthafen? Wir haben eben von Carsten gehört, da werden ungefähr eine Million Tonnen umgeschlagen. Wie sieht das in den Seehäfen aus? Die Seehäfen sind ganz wichtig für Niedersachsen. Wenn man mal zurückdenkt an die Teekultur in Ostfriesland, die ist entstanden dadurch, dass die Menschen dort schon Handel über ihre Häfen treiben konnten. Heute sind das aber natürlich ganz andere Themen. Die Häfen sind zum einen wichtig für unsere Lebensmittelversorgung, aber auch für Energie, was immer wichtiger wird. Und wenn wir uns mal die Dimensionen anschauen, der größte Hafen in Deutschland ist in Hamburg. Der hat ungefähr 100 Millionen Tonnen Umschlag gehabt im letzten Jahr. Bremerhaven ist der größte Hafen hier in der Region. Der ist ungefähr bei 40 Millionen Tonnen. Und dann kommt Wilhelmshaven mit ungefähr 30. Was sind die Hauptgüter, die in diesen Häfen umgeschlagen werden? Lebensmittel hast du eben schon gesagt. Was gibt es noch? Genau. Lebensmittel ist vor allem in Brake. In Brake findet ein ganz großer Umschlag von Getreide statt, aber auch von Futtermitteln und Düngemitteln, die für die Landwirtschaft wichtig sind. Dann hat sich jeder Hafenstandort spezialisiert auf verschiedene Güter. In Emden beispielsweise haben wir den drittgrößten Hafen für Autoumschlag in Europa. Und in Wilhelmshaven ist es vor allem der Containerumschlag. In Wilhelmshaven haben wir Deutschlands einzigen Tiefwasserhafen. Das heißt, der kann auch von den größten Containerschiffen angelaufen werden. Manche Leute denken ja, die Häfen seien Old Economy, aber sie haben, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion für Deutschland als Exportnation. Auf der anderen Seite aber natürlich auch für den Import. Welcher Anteil an Waren kommt jedes Jahr über die Seehäfen hier ins Land? Wenn man sich das weltweit anschaut, dann findet tatsächlich 90 Prozent des Handels über den Seeweg statt. In Deutschland sieht das ein bisschen anders aus. Bei dem Handel mit EU-Staaten ist der Lkw nach wie vor das wichtigste Transportmittel. Aber beim Handel mit Staaten, die außerhalb der EU sind, kommen ungefähr 60 Prozent der Waren über die Häfen ins Land oder werden verschifft. Das meiste kommt übrigens aus den USA. Das hat sich jetzt auch ein bisschen verändert, seit wir die LNG-Terminals haben. LNG-Terminal ist ein gutes Stichwort. Welche Bedeutung haben die Seehäfen für die Energiewende in Deutschland? Eine sehr große Bedeutung und die wird auch noch zunehmen in den nächsten Jahren. Es ist nämlich so, dass von den Häfen aus die Offshore-Windparks ausgebaut werden müssen. Viele Komponenten werden auch importiert und dann hier vormontiert. Und diese Spezialschiffe, die für den Aufbau von den Windparks gebraucht werden, die müssen auch aus den Häfen starten. Also eine sehr wichtige und zunehmende Rolle für den Ausbau der Windenergie zum einen. Und zum anderen haben wir jetzt mit dem LNG-Terminal gesehen, dass es eben auch eine große Rolle spielt beim Import von Gas. Wir wissen, dass die Verkehrsinfrastruktur im ganzen Land marode ist. Bei Schienen sehen wir es täglich, auf den Straßen sehen wir es täglich, da ist viel kaputt. Wie sind die Häfen ausgestattet? Sind die auf der Höhe der Zeit oder muss da auch viel investiert werden? In die Häfen muss sehr viel investiert werden. Das ist auch immer eine Streitfrage zwischen Ländern und Bund, woher das Geld kommen soll. Allein in Niedersachsen sollen dieses Jahr 92 Millionen Euro investiert werden in den Ausbau der Häfen. Es ist so, dass die Häfen noch sehr stark wachsen müssen, vor allem für den Ausbau der Windenergie. Danke für diesen Einblick in die Seehäfen der Region Svenja Flaik. Danke Ihnen fürs Interesse heute wieder. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns auf bald.